Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 60.700 US-Dollar. Wir hatten gestern einen schönen, ja, brachialen Abverkauf in unseren ersten richtigen Support-Bereich. Die 58k haben wir zwar noch nicht erwischt, trotzdem die Chance, dass wir da nochmal hingelangen, ist sehr, sehr groß. Wie es jetzt weitergeht, was wir mit, oder ich mit meiner Long-Position macht, die ich vergessen habe mitzuteilen, erzähle ich euch jetzt gleich noch. Ja, erfahrt ihr im heutigen Update-Video. Wir werden uns auf jeden Fall auch Ethereum, DAX etc. pp. alles anschauen, weil da hat sich auch einiges getan. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, bevor wir hier doch starten. Lasst die Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne, wenn ihr Bock habt, kommt in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Da seid ihr auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand, auch wenn ich in irgendwelche Trades reingehen sollte. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, kann ich natürlich nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort könnt ihr wirklich alles Spot kaufen, Staken, Traden, alles was wir hier besprechen. Link dazu unten in der Videobeschreibung, außerdem unterstützt ihr mich damit ein bisschen. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 60.700 US-Dollar. Wir hatten volatile Tage zuletzt. Also es ging auch in der Talk-Gruppe sehr, sehr ab, wo immer mal wieder kleinere Trades da noch eingegangen worden sind. Das Wichtigste ist, die Short-Position, die läuft weiterhin. Ich würde sie gerne noch ein bisschen offen lassen, hat einfach den Aspekt, damit man ein bisschen mit der Long-Position spielen kann. Und natürlich, dass man die nochmal verdoppeln kann möglicherweise. Weil momentan muss man ehrlicherweise dazu sagen, wir bilden immer noch tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Das heißt, wir sind grundsätzlich auf 1-Stunden-Sicht und natürlich auch, wenn wir uns das auf 4-Stunden-Sicht angucken, weiterhin abwärtsgerichtet. Das heißt, wirklich bullisch ist es nicht. Diese Tiefs, die wir hier unten reingesetzt haben, vom 3. Oktober, die haben wir jetzt auch mit einem 4-Stunden-Close durchbrochen. Das heißt, die Abwärtsstruktur ist auf 4-Stunden-Sicht und auf den kleineren Timeframes auf jeden Fall noch gegeben. Etwas Bullisches und das war auch der Grund, warum wir dann gestern auch in die Long-Position rein sind. Und ich habe es zwar hier in der Telegram-Gruppe, habe ich es reingeschrieben. Long zwischen 58 und 59k. Wir haben die 59k sehr, sehr gut getroffen. Wir sind auf knapp, wir sind sogar unter 59k, wir sind auf 58,9 gegangen. Ich habe es dann gestern in der Telegram-Gruppe, in die Talk-Gruppe leider nur reingeschrieben, dass ich auch Long gegangen bin. Wo habe ich es denn reingeschrieben? Ja, ich glaube ein bisschen weiter oben, dass ich jetzt auch Long bin. Auf jeden Fall habe ich es da reingeschrieben. Und habe es aber vergessen, dann auch in die TA und Signal-Gruppe reinzuhauen. Also ich bin auf jeden Fall Long gegangen. Ich habe auch schon erste Profite genommen, werde jetzt auch gleich nochmal die nächsten Profite nehmen. Heißt aber nicht, dass das jetzt die letzte Chance für eine Long-Position war. Denn wir kommen jetzt auch hier wieder in massiven Widerstandsbereich. Das heißt hier die 61.2 bis 60.800 US-Dollar auf 4-Stunden-Sicht ist jetzt erstmal Widerstandsbereich. Das ist unser letztes Hoch. Sollten wir hier zurückgewiesen werden, ist die Chance nicht unwahrscheinlich, dass wir hier wirklich nochmal runterkommen in Richtung 57.600 US-Dollar. Beziehungsweise in Richtung 58.000 US-Dollar. Warum ist aber diese Zone so entscheidend? Wenn wir auch mal auf den Daily-Timeframe reingehen, sehen wir, der Grund für die Long war einfach hier, dass wir hier unsere Ineffizienz noch hatten. Beziehungsweise unseren Lang, doch das war der Grund für mich in die Long-Position reinzugehen. Gleichzeitig ist hier noch eine Daily-Demand-Zone und das Entscheidendste von dem Ganzen ist hier unten diese Marke von 57.300 US-Dollar. Sollte die durchbrochen werden, seht ihr selber, haben wir nur noch diesen langen Docht und danach nochmal eine Ineffizienz und dann geht es schon weiter mit 52.700 US-Dollar. Das heißt, die nächste Chance könnte dann auch wirklich die letzte sein für potenzielle Profite nehmen, für einen potenziellen Run-Up nach oben. Also hier unten die 57.600 beziehungsweise 58.000 US-Dollar, die sollten wir im Blick behalten und da werde ich dann auch safe wieder ein Signal reinhauen. Das tut mir echt leid gestern, ich habe es nur in die Talk-Gruppe reingeschrieben, aber irgendwie ging es dann gestern alles ziemlich schnell. Ich war eigentlich nur am Chart gesessen und ja, ansonsten wie gesagt, 4 Stunden Ansicht jetzt erstmal grundsätzlich. Das ist unser nächster Widerstand, sollten wir den brechen und dann auch mit dem 4 Stunden Close drüber. Werde ich wahrscheinlich dann eher nochmal danach Ausschau halten, dass wir dann eben unser Fit-Level ziehen und gucken, wo ein möglicher oder ja, möglicher Rücksetzer uns dann reinführen könnte mit ins Golden Pocket dann eben. Aber das müssen wir dann schauen. Grundsätzlich, das ist jetzt der nächste Widerstand. Ich werde eventuell die Short-Position noch verdoppeln, sollten wir hier oben Probleme reinkriegen und das sieht man dann auch in 1-Stunden- auf den 4-Stunden-Chart sehr, sehr gut. Gut, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, unsere Short-Position, die wir oben bei 64.200 US-Dollar, glaube ich, eingegangen sind, dann nochmal zu verdoppeln und dann auf den nächsten Run-Up nach unten hin zu offen und übergeordnet. Wie gesagt, sind wir eigentlich voll nach Fahrplan, seit wir hier oben in unsere grüne Box rein sind, ist das ja unser Fahrplan, einfach nach unten hin und der passt übergeordnet perfekt derzeit. Also es läuft auf jeden Fall, ich habe Profite genommen für alle, die auch gestern in den Long-Trade rein sind, in der Talk-Gruppe das gelesen haben. Profite sind genommen, ansonsten nächste Chance liegt dann eben bei 58 beziehungsweise 57.700 US-Dollar. Gehen wir rüber zu Ethereum, was hat sich da getan? Nicht wirklich viel hier, Ziel weiterhin verfehlt, die 2.260 US-Dollar. Ethereum macht, was er will. Wir haben oben das Golden Pocket nicht abgeholt, wir haben hier kein tieferes Tief. Im Gegensatz zu Bitcoin haben wir fast nichts gemacht, einfach es nervt, so ehrlich muss ich sein. Also auch hier kein weiterer Trade, beziehungsweise erst einmal nichts geplant, weil hier einfach die Bewegung es nicht hergibt. Ja, dann gehen wir rüber zu Gold. Gold hingegen hat perfekt gesessen, also hier bin ich weiterhin Long gerichtet, habe die Position verdoppelt. Wir haben ein tieferes Tief gebildet, also eigentlich auch hier nach Fahrplan. Wir haben das Golden Pocket nach oben hindurch gebrochen, darum ging es uns ja gestern noch. Sollten wir, oder vorgestern besser gesagt, sollten wir da rüber kommen, sind die Chancen sehr, sehr hoch, dass das alles nur ein Fake-Out war. Jetzt sind wir wieder genau am Downtrend, also sollten wir jetzt auch hier mit einem 4-Stunden-Close noch drüber kommen. Sieht das Ganze sehr, sehr stark danach aus, dass wir hier in Richtung 2.690 beziehungsweise 2.720 US-Dollar hochsteigen. Perfekt, eigentlich hier unten die Liquidität abgeholt. Wir hatten eine Bullish Divergence auch noch auf den 1-Stunden- und auf den 4-Stunden-Timeframe. Sieht gut aus, jetzt ist nur noch der letzte Step. Wir müssen hier rüber kommen, dann eine Bestätigung und dann ist der Step nach oben hin eigentlich nicht mehr wirklich gefährdet. Auch da drüben interessanterweise, die Linie hätte ich vielleicht nochmal weiterziehen sollen. Genau, auch hier die Liquidität nochmal abgeholt. Passt also, also hier die Long-Position verdoppelt. Profite könnt ihr jetzt eigentlich auch nehmen, weil wer hier unten verdoppelt hat, ist auch jetzt hier schon wieder deutlich ein Plus. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, bis jetzt 1,51% passt auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Position natürlich auf Stop-Loss-Entry und fertig. Gleiches Spiel beim DAX. Auch DAX haben wir ja vorgestern, oder wann war es, am Dienstag schon? Ja, Dienstag drüber gesprochen. Position verdoppelt, Profite genommen, erster Take-Profit genommen, zweiten Take-Profit könnt ihr dann hier oben beim Golden Pocket nehmen. Ich überlege hier oben noch dann eine kleine Short aufzumachen, einfach weil mir die Situation da oben nicht so wirklich gefällt, weil wir hier noch eine Ineffizienz liegen haben. Golden Pocket, da kommt schon eine Menge wieder rein, wird aber wahrscheinlich nicht mehr heute sein. Ich mag freitags nicht in irgendwelche Trades zu gehen, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant. Deswegen warte ich hier noch ein bisschen ab, ob wir eventuell dann erst am Montag oder nächste Woche Dienstag dann möglicherweise in einen Short-Trade reingehen. Ansonsten, was gibt es noch? Euro gegenüber US-Dollar. Auch hier sind wir noch in unserem Trade. Wo sind meine Prozentanzeige? Auf jeden Fall, Stop-Loss war hier unten bei 1,088 Euro. Der ist nicht gehittet worden. Sieht jetzt aber mittlerweile gar nicht mehr so schlecht aus. Auch wenn wir einen kompletten Abverkauf hatten. Wir haben hier eine Bullish Divergence auf einen 4-Stunden-Timeframe und 1-Stunden-Timeframe. Vielleicht kriegen wir jetzt doch noch die Erholung und kommen hier plus, minus 0 raus aus dem Trade. Also das ist der einzige Trade, der mir momentan ein bisschen Sorgen macht. Ansonsten bin ich eigentlich komplett zufrieden, was uns der Markt momentan gibt. Ja, das war es jetzt. Kurzes, knackiges Update erstmal zu den Positionen, zu möglichen Trades, die wir noch eingehen sollten oder könnten. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Später kommt wahrscheinlich noch ein XRP-Update, weil es ist ja wieder Freitag. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns eventuell morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.